Alles ist groß, die Euphorie ist groß, die Zufriedenheit ist groß über die Momentaufnahme, über die 24 Punkte und jetzt freut sich, denke ich, jeder und ganz Augsburg auf das Spiel am Samstag gegen die Bayern in so einer Ausgangsposition, dass das am 15. Spieltag ein Spitzenspiel ist. Das hätte keiner erwartet, aber umso schöner. Wir brauchen unseren besten Tag und bei Bayern darf nicht alles passen und wir müssen da das Glück auf unsere Seite auch ziehen und auch haben und dann ist alles möglich. Aber es ist klar, dass Bayern in einer eigenen Liga spielt, momentan so viel individuelle Qualität hat und wie gesagt, es müsste alles passen. Sie haben in der Saison dreimal auswärts auch unentschieden gespielt und ich glaube, das wäre auch schon ein Erfolg. Wir können nicht nur gewinnen und verlieren, wollen einmal unentschieden spielen. Vielleicht ist das am Samstag möglich. Es wäre für uns ein Riesenerfolg und wir werden es probieren. Natürlich haben wir gerade eine breite Brust. Gerade zu Hause haben wir eine super Heimserie, aber wie gesagt, wir gehen in jedes Spiel hinein, um das Spiel zu gewinnen. Und natürlich wissen wir auch, dass am Samstag die beste Mannschaft der Welt kommt. Von daher wird die Aufgabe schwer. Aber wir werden alles dafür tun, dass wir am Samstag die Bayern ärgern. Man kann nicht nur gewinnen und das haben wir letztes Jahr, glaube ich, bewiesen. Als wir die Bayern hier geschlagen haben, klar, waren vielleicht ein paar Spieler dabei, die weniger zum Zug kommen. Aber das interessiert am Ende keinen, weil es um die drei Punkte geht. Und wir werden auf jeden Fall nicht ins Spiel gehen wie andere Vereine und sagen, ja, Hauptsache wir kriegen keine vier, fünf Stück. Sondern wir werden alles probieren, dass wir unsere Serie zu Hause auch weiter fortsetzen. Wir haben alles andere vor wie eine Kampfansage an Bayern München, weil es das gar nicht gibt und gar nicht notwendig ist und auch nicht realistisch ist. Sondern es ist ein Spiel, wo es normal wäre, dass Bayern München gewinnt. Aber ich habe es vorher schon gesagt, was ist normal in dem Jahr in der Bundesliga.